Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Mein Name ist Norbert Giesow. Heute ist Freitag, der 15. April 2016. Und heute bespreche ich die Konstellation vom Freitag und auch vom Wochenende. Nächsten Dienstag wird die Sonne vom Widder in den Stier wechseln. Wir haben jetzt also das letzte Wochenende mit der Sonne im Widder. Ja, dann beginnt die Zeit des Stiers, um die wir uns nächste Woche kümmern werden. Wird er ja ein Feuerzeichen, ein Zeichen des Durchbruchs des Voranschreitens. Diese Zeit endet nun bald, ist allerdings jetzt auch ohnehin etwas gebremst, dadurch, dass der dem Widder zugehörige Planet Mars sich immer mehr seiner Rückläufigkeit nähert und im Moment gerade stillsteht. Dazu gleich noch mehr. Das Wochenende ist so ein bisschen astrologisch gesehen geteilt. Heute am Freitag und auch morgen am Sonnabend steht der Mond zum Sonne im Widder im Löwen. Sonne und Mond in Feuerzeichen. Eine Konstellation, die es erst wieder im Sommer geben wird, wenn die Sonne in den Löwen wechselt. Und in der Nacht zum Sonntag um 1.23 Uhr wechselt der Mond in die Jungfrau, wo er dann bis Dienstagmittag bleiben wird. Während der Mond im Löwen für Kreativität steht, für den schöpferischen Ausdruck unserer selbst, für den Wunsch danach, dass irgendwie wir und unser Leben etwas Besonderes sein mögen, also eine gewisse Energie und Authentizität in sich trägt und damit geneigt macht, auch irgendwie das Leben aktiv zu genießen und zu gestalten, was allerdings auch eine gewisse Ich-Bezogenheit nach sich zieht. Ich möchte, dass es mir gut geht. Wenn der Mond in der Jungfrau viel stärker introvertiert, also der Freitag oder Sonnabend eine stärkere Energie nach draußen zu bringen, ein bisschen stärker extrovertiert, während dann der Sonntag stärker introvertiert ist, sich die Energie mehr nach innen geht, wenn der Mond in der Jungfrau, wir uns vielleicht mehr um unsere Gesundheit, um unsere Ernährung, um den Zusammenklang von Körper, Geist und Seele kümmern, Dinge vielleicht ordnen und verarbeiten, möchten wir uns mit Mond im Löwen verausgaben, also mit den Energien nach draußen gehen. Besonders wichtig ist allerdings auch der Maß, über den ich ja die ganze Woche gesprochen habe und auch schon mehrfach angekündigt habe. Am Sonntag ist es offiziell soweit, dass Mars im neunten Grad des Schützen rückläufig wird. Die Rückläufigkeit der Planeten ist eine beobachtete Bewegung. Es ist keine tatsächliche Bewegung. Planeten werden nicht wirklich rückläufig. Sie erscheinen nur so, weil die Erde sich als Standpunkt der Beobachtung mit bewegt und so ergeben sich eben diese scheinbar rückwärtsgewandten Bewegungen bestimmter Planeten, die aber in der Astrologie beachtet werden und die meiner Meinung nach auch sehr, sehr bedeutsam sind. Und gerade beim Mars ist das natürlich besonders bedeutsam. Mars wird alle zwei Jahre rückläufig, weil Mars ist in gewisser Weise potenzielle Energie. Wir könnten sagen, er ist ein Auto. Und wenn man jetzt mit dem Auto irgendwie rückwärts fahren muss, geht das zwar eine Zeit lang, aber wenn wir beispielsweise zu unserer Arbeit rückwärts fahren sollten, die ganze Zeit wäre das schon etwas schwierig. Das heißt, Mars ist im Grunde die Energie, ist die Gewalt, ist die Kraft, ist die Potenz, mit der wir Dinge umsetzen. Und wenn diese Energie stillsteht, dann funktionieren die Dinge oftmals nicht so, wie wir uns das im Grunde vorstellen. Wir geraten an Widerstände, wir geraten an Mauern, sei es im Außen oder im Inneren, die uns daran hindern, unsere Aktivität fortzusetzen. Und in der rückläufigen Bewegung des Mars sozusagen geht er wieder zurück. Diese rückläufige Bewegung dauert bis Ende Juni, wo er dann auch nochmal im Mai zurückkehren wird in den Skorpion. Hier gilt es also, einige Dinge aufzuarbeiten, zu verbessern, nachzusehen, in welchen Bereichen wir vielleicht Fehler gemacht haben oder die Dinge sozusagen noch wieder besser korrigieren können. Bis Mars diese Stelle wieder erreicht, an der er rückläufig war, haben wir August, das ist also eine relativ lange Zeit, in der uns diese Rückläufigkeit des Mars begleiten wird, In dieser Phase werden sich manche Dinge nicht so schnell nach vorne entwickeln, wie wir das gerne hätten. Andererseits haben wir aber auch die Zeit, Korrekturen anzubringen und bestimmte Vorgänge besser zu verstehen. Das kann natürlich auch Auswirkungen auf uns individuell haben, abhängig davon, wie der Mars in unserem Horoskop gestellt ist und wie das Zeichen Widder, was dem Mars zugeordnet ist oder umgedreht, wie das in unserem Horoskop angelegt ist, das müsste man dann im Privatgespräch klären. Ansonsten wünsche ich uns allen ein schönes Wochenende, einen tollen Freitag und ich melde mich dann am Montag wieder mit dem Tageshoroskop. Bis dann, alles Liebe und Tschüss! Bis dann, alles Liebe und Tschüss!